Sibirische Pinienkerne aus Wildpflückung des Krasno-Jarsk-Gebiet. Einzigartig in Qualität und Geschmack. Übrigens höchste Qualitätsklasse. Pinienkerne enthalten Vitamine A, B1, B2. Spurenelemente der Pinienkerne sind unter anderem zuständig für den Schutz der menschlichen Zellen, zum Beispiel Zink, Jod, Eisen und vor allem Selen. Selen ist vor allem für den Schutz der menschlichen Zellen zuständig und schützt somit auch vor schwerwiegenden Erkrankungen. Der Verzehr von sibirischen Pinienkernen wirkt sich auch noch auf das Hautbild, die Funktion der Schleimhäute und das gesamte Knorpelgewebe im menschlichen Körper aus. Also gesund essen durch täglichen Verzehr von original sibirischen Pinienkernen. Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche Gesundheitspolizei.